Praktische Abkürzungen in Outlook Einleitung Mit Outlook haben Sie verschiedene Möglichkeiten, um zeitsparend arbeiten zu können. Und mit den richtigen Tricks können Sie sich das Leben noch leichter machen. Lernen Sie in diesem Training, wie Sie altbekannte Shortcuts nutzen und eigene Quick-Steps kreieren, um noch effektiver zu arbeiten. Die klassischen Shortcuts Um alle neuen Tastenkürzel in Outlook 2016 sehen zu können, drücken Sie auf die Alt-Taste und alle vorhandenen Shortcuts werden in der Menüleiste über den bestimmten Befehlen eingeblendet. So können Sie Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten bezüglich der Microsoft Shortcuts ausbauen. Wir präsentieren Ihnen die Klassiker unter den Shortcuts in diesem Training. Mit der Taste F9 können Sie Ihr Postfach jederzeit aktualisieren. Nutzen Sie die Tastenkombination STRG plus 1, so kommen Sie in die Mail-Ansicht zurück, egal in welchem Modul Sie sich gerade befinden. STRG plus 2 bringt Sie sofort in die Kalender-Ansicht und STRG plus 3 bringt Sie zu Ihren Kontakten. Wenn Sie eine E-Mail oder einen Termin suchen möchten, so drücken Sie F3 und Sie gelangen sofort ins Suchfeld. Um einen Kontakt in Ihrem Adressbuch zu finden, drücken Sie F11. Auch das Versenden von E-Mails ist im Handumdrehen getan. Klicken Sie STRG plus N, um eine neue E-Mail zu erstellen und ALT plus S, um diese zu senden. Mit der Kombination STRG plus R antworten Sie auf eine E-Mail. Falls Sie allen Absendern antworten möchten, klicken Sie auf STRG plus Umschalt plus R. Um eine E-Mail weiterzuleiten, nutzen Sie die Kombination STRG plus F. Mit der Taste F7 können Sie Ihre E-Mail auf Rechtschreibfehler überprüfen, bevor Sie diese abschicken. Halten Sie Ordnung in Ihrem Postfach. Nutzen Sie STRG plus D, um eine E-Mail zu löschen. Möchten Sie eine E-Mail oder ein anderes Element drucken, so nutzen Sie STRG plus P. Quickstep erstellen Um Ihren eigenen Quickstep zu erstellen und somit Ihren Arbeitsfluss zu erleichtern, klicken Sie in der Registerkarte Start in der Gruppe Quicksteps auf Neu erstellen und das Dialogfeld Quickstep bearbeiten öffnet sich. Jetzt können Sie die Feinheiten Ihres Quicksteps bestimmen. Wählen Sie unter Aktionen die gewünschte Aktion aus, die Ihr Quickstep erhalten soll. Wählen Sie beispielsweise Neue Besprechung, um einen Quickstep für ein Teammeeting anzulegen. Fügen Sie die Adressen der Teammitglieder ein, die zukünftig benachrichtigt werden sollen. Wenn Sie möchten, können Sie bei Tastenkombination Ihrem Quickstep einen Shortcut zuordnen, um das Erstellen eines Teammeetings noch schneller zu gestalten. Sie können auch einen Betreff-, Ort- und eine Standardnachricht angeben, wenn Sie dies wünschen. Zu guter Letzt klicken Sie oben links auf die Schaltfläche, um ein passendes Miniaturbild auszusuchen und geben Sie dem Quickstep einen eindeutigen Namen. Mit einem Klick auf Fertigstellen beenden Sie den Vorgang. Nun können Sie mit nur einem Klick ein Teammeeting erstellen. So können Sie auch beliebige andere Quicksteps erstellen.